Nach plötzlichem Liebesaus, jetzt spricht Sandy Meyerbülden über ihre Trennung. Köln, nach nur fünf Monaten gehen Sandy Meyerbülden, 41, und Unternehmer Alexander Müller, 38, wieder getrennte Wege. Jetzt hat sich das Model zum Liebesaus geäußert. Normalerweise würde ich so etwas nicht posten und dafür braucht es definitiv Mut. Doch weil ich die Türen zu meinem Privatleben geöffnet habe, möchte ich ehrlich mitteilen, was gerade in mir vorgeht, teilt Sandy in einem Instagram-Post ihren rund 320.000 Followern mit. Ihr Freund habe sich vor einigen Tagen von ihr getrennt und auch, wenn es ihr schwerfallen würde, für diese Entscheidung Verständnis aufzubringen. Es würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht weh tut, dass unsere Beziehung nicht so lange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte, führt die fünffache Mutter aus. Nach plötzlichem Liebesaus, jetzt spricht Sandy Meyerbülden über ihre Trennung. Köln, nach nur fünf Monaten gehen Sandy Meyerbülden, 41, und Unternehmer Alexander Müller, 38, wieder getrennte Wege. Jetzt hat sich das Model zum Liebesaus geäußert. Normalerweise würde ich so etwas nicht posten und dafür braucht es definitiv Mut. Doch weil ich die Türen zu meinem Privatleben geöffnet habe, möchte ich ehrlich mitteilen, was gerade in mir vorgeht, teilt Sandy in einem Instagram-Post ihren rund 320.000 Followern mit. Ihr Freund habe sich vor einigen Tagen von ihr getrennt und auch, wenn es ihr schwerfallen würde, für diese Entscheidung Verständnis aufzubringen. Es würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht weh tut, dass unsere Beziehung nicht so lange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte, führt die fünffache Mutter aus. Vielen Dank.